In diesem Video geht es um die Terroranschläge am 11. September 2001. Ich erkläre dir, wer hinter diesen Anschlägen steckte und was danach passiert ist. Am 11. September 2001 wurden von 19 Mitgliedern der islamischen Terrororganisation Al-Qaida vier Flugzeuge entführt. In einem der Flugzeuge leisteten die Passagiere so großen Widerstand, dass es schließlich abstürzte. Die drei anderen Flugzeuge wurden von den Terroristen in bedeutende Gebäude gelenkt. Zwei Flugzeuge wurden in die beiden Türme des World Trade Centers in New York gelenkt. Beide über 400 Meter hohe Wolkenkratzer stürzten kurze Zeit nach dem Einschlag ein. Ein weiteres Flugzeug beschädigte das Pentagon in Washington, in dem sich das Verteidigungsministerium befindet. Es gab ungefähr 3000 Tote. Dieses Ereignis wird 9-11 genannt, weil es am 11. September stattgefunden hat. Nach dem 11. September begann der sogenannte Krieg gegen den Terror der USA und seiner Verbündeten in Afghanistan und im Irak. Der Drahtzieher der Terroranschläge, Osama Bin Laden, versteckte sich in den Bergen von Afghanistan und wurde von den Taliban unterstützt. 2011 wurde er von Spezialeinheiten der amerikanischen Armee in Pakistan erschossen. Die amerikanischen Truppen wurden schlussendlich 2011 aus dem Irak und 2021 aus Afghanistan abgezogen. Auf der Insel Manhattan in New York wurden am Ort der Anschläge Gedenkstätten errichtet. Das sogenannte 9-11-Memorial besteht aus zwei Brunnen, die an der Stelle der beiden ehemaligen Türme des World Trade Centers errichtet wurden. Dort befindet sich außerdem ein großes Museum, das die Anschläge thematisiert. Gleich daneben wurde 2014 mit dem One World Trade Center ein 540 Meter hoher Wolkenkratzer fertiggestellt.